Den vermutlich kleinsten Wohnwagen der Welt gibt es auf dem Caravansalon in Düsseldorf zu bestaunen. Der B-Turtle der Firma Gentle Tent ist ein sogenannter Mikrowohnwagen, gedacht als Anhänger fürs Fahrrad oder E-Bike. Das Zelt lässt sich innerhalb von 10 Minuten aufblasen und man muss nicht mehr auf dem Boden schlafen, denn die Liegefläche samt Matratze sind auf dem Radanhänger angebracht. Dieser dient gleichzeitig als Stauraum fürs Reisegepäck. Außerdem kann man im Vorzelt aufrecht stehen. Das kommt an, zumindest beim ersten Probeliegen. Wir sind keine reinen Camper, wir fahren halt viel mit dem Fahrrad und haben uns andere Unterkünfte gesucht, aber das finden wir immer toll, wenn wir mal auf längere Touren fahren. Genau das verspricht Gentle Tent mit diesem Produkt – Freiheit beim Reisen. Das Fahrradzelt ist eine Weltneuheit auf der Messe. Die Single-Version des B-Turtle wiegt 25 Kilo und kostet 2790 Euro. Wer lieber zu zweit campiert, legt nochmal 200 Euro und 5 Kilogramm obendrauf. Die Vielen Dank.